So, finaler Bosskampf Hogwarts Legacy. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Wir haben einigen Betränke noch. Warte mal, ich muss gerade kurz kurz gucken. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeugs. Ja, wieder dabei. Ich will noch einen Mennrott besiegen. Noch gibt's. Ne, ich hab mal nicht. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Zauberwissen umstellen. Wir brauchen eine Dings. Einen grünen. Und was Rotes. Und warte mal, wir haben noch mehr. Ich hab' die zwei noch ein paar Tränke. Ich hab' das ganze Ding jetzt nochmal machen müssen. Jawohl, der Trank hat gesessen jetzt auch. Jawohl. In your face, bitch. Ja, ja. Warte, 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 warte. Ich hab' bestimmt noch irgendwas in der Richtung. Ich hab' das. 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 So, weiter geht's. Jetzt hab ich auch 8 Tränke. Wir sind in der zweiten Phase. Komm, bau dir deine Schilder auf. Hast du keine Schilder? Du hältst mich nicht auf. Jetzt geht er da runter. Okay, dann baut er jetzt die auf. Wir müssen jetzt 2 Schilder zerlegen. Tschüss. Hier habe ich noch einen irgendwo. Jetzt haben wir es. Komm, komm mal. so jetzt haben wir die zweite warum auch immer ich nicht spamm keinen so haben wir ihn jetzt oder Ahhhh, ja. Habe ich doch irgendwas ertrinken. So. Ah, hier sind unsere Dienste, die leider jetzt erst mal wirkungslos sind. So, jetzt müssen wir die Nummer noch ein paar Mal durchziehen. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Leben halte, aber ich... Wo muss ich denn da lang? Muss ich da runter? Irgendwo? Warte mal. Doch, scheinbar. Doch, scheinbar. Sch, Scheiße. Mann! Warum?! Jetzt haben wir den ersten Leck. Scheiße. Guck, 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 guck mal hin jetzt, ey. Mann! Aber ich bin in der dritten Phase, das ist das Wichtigste. Warum? Die müsste ich häufiger machen können, die Nummer. Jetzt muss ich deine Schilder mit auf, oder was? Ja. Der hat sich weg. Scheiße! Das ist der Schild. Nein! Nein, 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 nein. Mann, warum schießt ihr nicht automatisch da drauf? Warum schießt ihr nicht automatisch auf die Nummer? Warum? Dann muss ich daneben schießen. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Genau, du schießt direkt davor. Ich schieße das mal drunter. Mann! Schießt einfach oben drüber, genau. Weil es doch am besten ist. Einfach oben drüber zu ballern. Warum? Ja, das ist doch tatsächlich unfair. Ich stehe direkt davor, aber warum schmeißt du daneben? Weil ich es kann. Jetzt haben wir es. Ich bin unter anderem. Ich bin unter anderem. Wer ich das Ding häufiger hätte, dann wäre es einfacher. Wenn du das Ding häufiger hättest, dann wäre es einfacher. Ich bin unter anderem. Ich bin unter anderem. Na, klar. Alter, das ist doch unfair. Hey, der steht vor der Kugel. Der steht mal daneben. Die steht mal rechts, aber ich schieße links daneben. Das ist doch mal das Beste. Warum zur Hölle? Klar doch. Ach. 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 Was ist es? Was ist es? Jetzt sind wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, vielleicht nicht, ey. Bis jetzt von deinem Scheiß. Bis jetzt von deinem Scheiß Drachen. Schripp runter. Hey, das ist doch unfair. Es ist unfair. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal die letzte Phase machen muss. Nicht so weit runter. Das ist der quasi jetzt auf vier beiden. Doch, gut. Ich habe leider keiner links mehr. Du schiffst natürlich jetzt allerdings, ne? Boah, ja, ist klar. Ich kann nichts gegen deine Scheiß Dinger machen, ey. Das war für mich ein... Du willst dein... Das ist das Ende, wenn du... Du kannst dich aufhalten. Oh, Mann. Du bist ja da. Weißt du, da. Da. Mann. Fuck ich dich ab. Jetzt habe ich dich. Alter, übertreib es. Übertreib es, ey. Ich kann nichts gegen die drei Kugeln machen, weil sofort die vierte hinterher spawnt. Das darf noch nicht sein. Drei haben wir jetzt weg von dem. Ja, natürlich, ey, das ist doch du Assi, Alter. Sobald ich irgendwie mache, schau mal meine Flammen hinterher, damit du noch mal einen draufkriegst, ey. Sorry, wenn ich mich drüber aufrege, es nervt einfach, wenn du dann gefühlt... Ja, das war's, Alter. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Ja. Ja, das war's. Ich hab auch keine Tränke mehr, kein Garnitz, kein überhaupt nichts mehr, ey. Ich bin sofort Assi da! Sobald du immer so machen kannst, bin ich jetzt mal da und mach dir jetzt mal noch eine Flamme hinterher, damit du nichts gewinnen kannst. Ey, das Vieh hier ist so Assi, ey, das ist jetzt so overpowered und Assi. Sobald ich wahrscheinlich bin ich vom Level her ein bisschen niedrig, aber... Nein, ich hab daneben gezählt. Wieder daneben, jetzt nicht zum Kotzen, warum? Nein, ich hab' den Klingel. Also, ich hab' den Klingel nicht gebrechen, ich hab' ihn gebrechen. Ich hab' den Klingel nicht gebrechen! Ich kann nichts gegen das Viech machen, ich habe keine Chance, den irgendwie zu machen, also ich befürchte, dass wir gerade hier haben, obwohl wir es auch vor dem, ich habe keine Dings, ich habe keine fucking Tränke mehr. Jetzt haben wir es, also zumindest den. So, ich weiß gar nicht, ob er noch ein Dings hat. So, ich weiß gar nicht, ob ich gar nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. So, ich habe das nicht mehr. So, ich weiß gar nicht. So, ich weiß gar nicht mehr. Nee, keine Chance, irgendwas zu machen, ey. Dein Hause ist beendet, du Gantik, du machst, du bist jetzt viel mehr tot.